Das sind acht essentielle Aminosäuren, die müssen da rein, es geht nicht anders. Manche Leute sagen, ich möchte lieber sowas nicht einnehmen, sonst verlernt mein Körper das selber zu machen. Dem muss ich auch sagen, geh lieber nicht so oft zum Tanken, sonst verlernt dein Auto Benzin selber zu machen. Also es muss wirklich von außen kommen. Das sind die Aminosäuren, das sind die Fettsäuren, das sind Mineralstoffe, Spurenelemente mit Magnesium und so weiter und die Gruppe der Vitamine. 47 Stück. Ist nur ein Stoff bei 70 Prozent. Läuft das ganze System auf 70 Prozent.